Nimmst du zur Not aus den abgestellten Fahrzeugen. Gebraucht eh keiner mehr. Guten Tag, Frau Junge. Herr Speer, wie sind Sie denn noch nach Berlin reinkommen? Einfach war es nicht. Aber ich muss noch einmal zum Führer. An Ihrer Stelle würde ich damit lieber warten. Die Jungs machen! Ich will Fäder anziehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Verrat! Bringen Sie mir Fägelei! 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 Wir sind Soldaten. Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet. Soll der Eid uns darin hindern, selbstständig zu denken? Das sagen ausgerechnet Sie. Ein Oportunist. Ein rücksichtsloser Karriereist. Wie bitte?